Jo, hallo Leute und willkommen zum 88. Park von Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask. Letzt Mal sind wir hier stehen geblieben, im Felsenturm, wo wir irgendwie nicht weiter konnten. Aber ich habe hier ein bisschen rumgetestet, wie das jetzt sein könnte und so. Oh, oh, verdammt, was meint er? Ja, und ich habe herausgefunden, wie das hier weitergeht, aber ich wollte jetzt noch kurz runterspringen, denn ich wollte jetzt noch kurz rausgehen, denn mit unseren Herzen, denke ich, wir sind hier nicht so gut dran. Zack, und blub. Ähm, wo waren jetzt noch mal die Feenquellen und so? Opsa, und zack. So, vielleicht hier, wer weiß, mal gucken. Äh, jo, perfekt. Dann nehmen wir uns mal alle Feen mit, denn... Oh, das sind ja die Feen. Scheiße. Ähm, ja, vollfett blamiert und so. Äh, naja, ähm, dann heilen wir uns halt nur. Schade, ich dachte, jetzt sind hier die ganzen, äh, diese richtigen Feen. Die man auch in, hier im Glas einfangen kann. Aber naja, so ist es auch nicht schlecht. Wenigstens haben wir jetzt alles voll. Hopp, hopp, hopp. So, und jetzt gehen wir weiter in den Felsentour. Wo ist denn der jetzt noch mal? Da. So. Dann nehmen wir mal... Hier, so. Den, das brauchen wir gleich. Zack. Laufen wir einfach rückwärts, weil es so schneller geht. Zack, 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 zack. Oh, yeah. So, ähm. Jump. Oh, legs. Hopps. Hopps. Hoppsa. Okay. So. Jetzt machen wir den hier. Ähm. Jo, ich hab's mir hier aufgeschrieben. Weil aus dem Kopf könnte ich das nicht. Ja. Elegie des leeren, der leeren Seele oder so irgendwie. Und letztes Mal sind wir ja nicht weitergekommen, weil ich nicht wusste, weil ich so dumm bin und ich wusste, was man hier machen muss. Aber jetzt weiß ich's, man muss erst mal das Fieder töten. So. So. Und hopps. Und hopps. Ui. Und so. Und jetzt. Und jetzt, ganz tricky, hier einen Kokoro-Ding anziehen. Und warum hab ich jetzt die Ocarina weggemacht? Das war ganz schlau von mir und so. 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 Denn man kann auch mit den anderen, äh, Masken, äh, hier, so ne Seele auch, sag ich mal, beschwören. So. Dumm. 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 Ja. Und deswegen konnten wir im letzten Part nicht weiterkommen, weil ich so dumm war und das nicht wusste. So. Und jetzt, wie sieht der aus? Na super. Ich will sehen, wie das aussieht. Bla 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 bla. So. Hops. Und. Hopsa. Und. Hopsa. Das hat doch. Ach. So. So. Und jetzt nehmen wir die Zora-Maske. Mach ne, ja. Und jetzt nehmen wir die Zora-Maske. Mach ne, ja. Oh, wir sind grad noch auf dem Schalter drauf und haben ihn noch grad so aktiviert. So. Ganz lässig mit der Gitarre. Oh yeah. Und jetzt beschwören wir ein Zora-Vieh-Stanton-Ding. So. Und das geht jetzt auch hoch. Oh yeah. Und jetzt können wir auch weiter. Wow. Hopsa. 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 Wo ist die Federnis? Boah, Alex! Schaffe ich's noch? Nein, schaffe ich's noch. Verdammte Scheiße. Was soll denn das? Was passiert hier? Hä? 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 Äh, hier passiert doch gar nichts. Okay, ähm, dann nehmen wir mal weitere hoch. Da ist was. Vielleicht muss ich das aktivieren. Oh! Ähm, Moment, was ich noch gucken will. Äh, komm ich da irgendwie hoch? Okay. Okay, anscheinend, ja, dann aktiviere ich mal hier Allergier des Sehen-Dingens, Moments. So. Oh, yeah. That was she said. So, und jetzt... Nein, Kamera! Nein, Kamera! Ah! Oh, 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 oh. Okay, jetzt. Ähm, so, hier drauf. Hapsa. Damit wir auch leichter dran kommen. Ich hoffe, man kommt da an. Okay, es geht. Oh, yeah. Oh, ja, anscheinend brauchen wir hier wieder... Oh, 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 oh. Äh, hier. Oh, die Legs! Immer diese Legs, ey. Wie die auf geht. Oh, ja, und dann noch der Stein, ey. Wie das alles perfekt zusammenpasst, ey. Oh, hi. So, okay, ähm. Äh, jetzt hier Ocarina. Jetzt hier. Zack. Woah, Magic. Und so. Ähm. Oha. Okay. Ah, okay. Okay, okay. Ähm. Nee, so. So. Oh, yeah. Allergiertes Leben. Der Leben. Sehen. Keine Ahnung, irgendwie so. Was ist das für ein scheiß Name? Allergiert. Oder. What? Was? Ähm. Hey, was soll da was? Oh, diese... Oh, du bist ja jetzt zurückgegangen. Moment, ich spiel das nochmal. Sollte eigentlich nicht sein. Oder? 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 Sollte das so sein? Ach so, ich glaub, ich hab unten... Den unteren... Ach so, oh ja, stimmt ja, stimmt ja. Oh, scheiße, bin ich doof. Den da unten hab ich doch schon mit links den links gemacht. So. Okay, ähm. So, ähm. Lo, 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 lo. Elegie. Was ist eine Elegie? Elegie. Spricht das richtig aus? Elegie. 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 Allergie. Elegie. Und Lex. Nein. Auf mit dir. Und... Sub. Und... Sub. Und... Zora-Form. Oh, yeah. Okay, äh. Okay, äh. So. Ihr verlässt sich mit der Gitarre und so. Und da im Hintergrund sehen wir das, was wir am Anfang gesehen haben. Dieses komische Ding da. Mit Feuer, so, so Augen-like. Weißt du, was ich meine? Wenn nicht, dann, äh. Oh, nicht schlimm. Okay, ähm. Jetzt... Wieder weg hier. Zack. Oh, gerade noch so getroffen. Muss ich jetzt da oben. Äh, nö. Okay, da. So, ähm. Ist hier noch ein Schalter? Yo. Corona! Oh, yeah. Da klappt es. Das ist eigentlich immer das gleiche Prinzip, was wir hier gerade abziehen. Irgendwie Einfallsluft. Aber vielleicht kommt es ja gleich noch schwieriger oder so. Allergie. 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 Das legt mich gerade voll auf, dass ich nicht weiß, wie man das ausspricht. Ich weiß nicht mal, was das für ein Wort ist. Allergie. Was ist eine Allergie? Allergie kenne ich, aber nicht Allergie. Oh, scheiße. Hab ich Angst, ey. Okay. Der. 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 Sorgenschaft. Ich höre schon Zombies. Das ist irgendwie nicht gut für mich. Komm ich da dran? Ja. Nein. Ich hab's doch gerade. Okay, ich hab's jetzt. Halt! Und, oh. Oh, Legs! Oh, ey. Angst, 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 Angst. Angst. Ist hier ein Schalter? No. Okay, ähm. Was jetzt? Ähm. Dring, 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 dring. Moment, was ich jetzt testen will, ist, ob ich das hier aktivieren kann. Okay, doch. Ist da hinten irgendwas? Yo, da hinten. Da hinten mein Teil irgendwas. Da hinten ist irgendwas. Das sind Zombies. Das sind Zombies. Das sind Zombies. Und, ähm, eh, komm ich da reiten? Vielleicht muss ich da was spielen? Ähm, was könnte ich da spielen? Ich hab keine Ahnung, Leute. Vielleicht kann ich da auch... Äh, äh, Leute. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wie ich weiterkomme. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Anscheinend so nicht. Vielleicht da unten... Ähm, wohl doch. Ähm... Anscheinend... Vielleicht das Auge der Wahrheit. Nö. Ähm... Ähm, 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 warte mal. Moment, vielleicht muss ich die Zombies auch tanzen lassen. Ähm, ähm, da muss ich die töten. sind die leute die leute die leute die leute die leute die leute mit den dancing zombies so weg mit denen mit der fähre vielleicht kriegen wir noch auf jeden fall noch mehr feen für free aber leute mein wecker klingelt gerade und ich würde sagen wir sehen uns im nächsten part wieder als dann tschotter